Hallo, herzlich willkommen zum e-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute beschäftigen wir uns mit einem Lichtjahr, nämlich mit einem Elektroauto, was 725 Kilometer durch einen ganz besonderen Kniff weit kommt und ein ganz normaler Fünfsitzer mit üblichen Dimensionen ist. Dann machen wir einen Check, wie sieht es aus mit der HPC, also mit der Ultraschnelllade-Infrastruktur in Deutschland, denn hier haben wir zum einen Informationen von Ionity und ich will wissen, was sich dahinter verbirgt. Auf geht's zu den weiteren Nachrichten. Am Anfang möchte ich euch eine Umfrage von Fabian Hoffmann ans Herz legen. Ich habe die schon vor ein paar Tagen gemacht und zwar geht es um das Laden eines Elektroautos an Schnellladestationen. Fabian ist Student des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Augsburg und ich glaube, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber hinter dieser Umfrage verbirgt sich eine Idee, wie man die Ladeweile, das Laden an Schnellladestationen attraktiver machen kann. Es ist, wenn du ein Elektroauto fährst, auf jeden Fall eine sehr interessante Umfrage für dich, aber selbst wenn du dich einfach nur bisher mit dem Thema beschäftigt hast, kannst du an dieser Umfrage teilnehmen, denn sie richtet sich nicht nur an Autofahrer, sondern eben auch an Fahrer, die in Zukunft ein Elektroauto fahren wollen. Also mach sie mit, dauert neun Minuten und ich bin mal gespannt, ob du die Idee dahinter merkst. Schreib das mal in den Kommentaren, was du denkst, was sich hinter der Umfrage verbirgt. Kommen wir zu einem sehr interessanten Fahrzeug und zwar dem Lightyear One. Hier handelt es sich um ein Langstrecken-Solarfahrzeug mit 725 km Reichweite. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, genauer als ich normalerweise hier die Informationen recherchiere, denn das Fahrzeug finde ich sehr interessant. Wie immer findest du natürlich alle Links zu diesem Fahrzeug unter dem Video in der Beschreibungsbox. Ganz kurz, was verbindet sich eigentlich hinter dem Namen oder was verbirgt sich hinter dem Namen Lightyear One, Lichtjahr 1? Die Firmengründer haben herausgefunden, dass pro Jahr 9,5 Milliarden Kilometer auf der Erde mit Autos, mit Verbrennungsmotoren zurückgelegt werden und diese 9,5 Milliarden Kilometer ist genau ein Lichtjahr. Sie wollen mit ihrem Konzept, was auf Effizienz ausgerichtet ist, kompromisslose Effizienz ausgerichtet ist, genau diese 9,5 Milliarden Kilometer erheblich reduzieren. Das Spannende an dem Fahrzeug ist, dass es, wie du vielleicht ja auf dem Bild siehst, sehr stromlinienförmig ist, also einen extrem guten CW- und Windwiderstandsbeiwert hat, sodass der Verbrauch extrem niedrig ist. Also wir reden hier von 8,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und das ist ja genau das, was ich immer wieder in den Kommentaren lese nach dem Motto, kann denn nicht jemand mal wirklich effiziente Fahrzeuge bauen, nicht immer diese SUVs, die viel verbrauchen und wenig Reichweite bringen und die Ressourcen nicht so sinnvoll verbauen, wie das ja zum Beispiel der Lightyear One machen kann. Denn um diese 725 Kilometer Reichweite zu erreichen, hat er, das Unternehmen sagt nicht genau, wie groß der Akku ist, aber ich meine, wir können ja alle rechnen, eine Batterie, die um die 60 Kilowattstunden Energie haben wird. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man sich überlegt, dass es sich hierbei um ein Fahrzeug handelt, was ungefähr so groß wie das Model S ist, was ich gerade fahre. Sprich, es hat ein Drittel ungefähr vom Verbrauch, den aktuell das Model S hat. Ich habe mir dann, wie gesagt, die Seite etwas näher angeschaut. Die Firma kommt aus Holland, ist insofern hier in holländisch und englisch die Seite. Hier gibt es wirklich einige sehr interessante Details. Zum einen natürlich, wie das Fahrzeug gebaut ist. Die CW-Wert-Thematik habe ich schon angesprochen, aber auch die Leichtigkeit, mit der es gebaut ist, also gewichtsoptimiert. Dann hat das so wie der Sion von Sono Motors ein Solardach, aber auch sogar eine Solarmotorhaube. Und das Interessante ist, es ist wirklich auf Effizienz ausgerichtet. Das bedeutet hier in dem Fall zum Beispiel, dass wir hier in Anführungsstrichen einen Schnelllader drin haben, der vermutlich eher so um die 60 kW Ladeleistung hat. Aber hier ist wirklich entscheidend, was bedeuten diese 60 kW Ladeleistung in Relation zum Reichweitengewinn. Und da sind wir dann bei 570 km, die, wenn man das ja zum Beispiel mit anderen Fahrzeugen verbraucht, ein Vielfaches der Ladeleistung, die andere dann brauchen, bedeutet. Das heißt, man kann hier im Prinzip mit einem 22 kW Lader schon sehr schnell nachladen. Und das ist natürlich insbesondere interessant. Ganz kniffig fand ich auch, dass hier hinten unterhalb der Rückleuchte die Lademöglichkeit ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also sozusagen ein Hecklader. Bisher kenne ich nur den Frontlader oder den Seitlader. Und hier ist es im Prinzip ein Hecklader mit Tendenz zum Seitlader. Es gibt ein Allradmotorenkonzept, also Radnamenmotoren, die jetzt nicht auf Performance ausgelegt sind. Also sprich möglichst schnelle Beschleunigung auf 100, sondern auf Effizienz. Und deswegen beschleunigt er zum Beispiel in 10 Sekunden auf 100 und verbraucht dementsprechend wenig. Was man hier zum Beispiel auch gut sieht, ist die Abdeckung der Radkästen hinten, um die entsprechenden CW-Werte zu verbessern. Was ich sehr spannend finde, ich gucke mal, ob das jetzt hier schon ist. Und zwar kannst du durchaus spürbare Energiemengen über die Solarzellen auf dem Fahrzeug gewinnen. Das ist auch ein bestimmtes Konzept. Das heißt, wenn du dich ein bisschen ausgrenzen mit PV-Anlagen, normalerweise, wenn eine Teilbeschattung der Solar- oder PV-Anlagen besteht, dann gibt es Probleme bei dem Laden. Hier ist es so, dass jede Zelle, also jede Photovoltaik-Zelle einzeln arbeitet und dementsprechend eine Beschattung kein Problem ist. Und was eben sehr interessant ist, dass du hier so im Solarmodus 12 Kilometer die Stunde gewinnen kannst. Und es gibt sogar so eine Art, ich sage mal, Notfall-Modus, dass du, wenn die Batterie leer ist, trotzdem noch fahren kannst, nur über die Photovoltaikanlage. Hintergrund ist nur einfach ganz kurz. Die Entwickler kommen aus der Solar-Renn-Szene. Es gibt ja mal in Australien dieses Rennen mit Solarfahrzeugen, die völlig ohne externe Energiequellen auskommen müssen und dann da eine, ich glaube, über 1000 Kilometer lange Strecke oder vielleicht sogar noch länger in Australien fahren. Und daher kommt das. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz die Spezifikationen an. Ich hatte es gesagt, es ist ungefähr so groß wie ein Model S, also 5,05 Meter lang, 1,90 Meter breit, 1,42 Meter hoch. Es ist ein Fünfsetzer. Wir haben hier sehr guter Kofferraum, Größen 780 Liter oder bei ungeklappter Rückbank 1,700 Liter. Vorne in der Mittelkonsole gibt es 12 Liter und wie gesagt nur 8,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir haben hier so die üblichen Sachen, die man drin haben sollte. Over-the-air Software-Updates ist immer ein gutes Plus. Dann die Apps und so weiter. Was jetzt für den einen oder anderen natürlich ein gewisser Wermutstropfen ist. Aktuell gibt es das Auto noch nicht. Das gibt es erst ab 2021. Und die ersten 100 Stück, die 2021 gebaut werden, die sind auch bereits vergeben. Und wir reden hier auch über einen Preis der jetzt folgenden Fahrzeuge. Also insgesamt 500 werden nochmal gebaut von 149 Euro. Aber was ich dann bei der Firma selbst gelesen habe, ist, dass sie das als Auftakt sehen für weitere Fahrzeugentwicklung. Und das ist die, ich denke mal von Tesla bekannte Strategie, dass man erst ein teures Fahrzeug baut, um eine hohe Marge zu haben, über die man die Entwicklungskosten dann besser finanzieren kann und im Anschluss entsprechend die günstigeren Fahrzeuge anbietet. Also ein interessantes Unternehmen. Schaut euch das mal alles im Detail an. Ich sehe, ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Aber dieses Auto fand ich einfach interessant, weil es ein großes, praktisches Auto mit Effizienz kombiniert und so dann zum Beispiel verbrauchsarme Langstreckenfahrten oder Fahrten mit mehreren Menschen ermöglicht. Dann gibt es noch eine kurze Info zum Autogipfel. Der war ja vor einigen Tagen, ich habe dazu gar nichts gesagt, weil es erst hieß, so nach dem Motto, da sind keine Ergebnisse erzielt worden. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Also es ist in den Nachrichten. Es gibt jetzt wohl einen Masterplan, dass bis 2030 300.000 Ladepunkte entstehen, um die letzten Bedenken gegen die Technik, also Elektromobilität zu zerstreuen. Was ich persönlich aber viel wichtiger finde, dass das Laden in Tiefgaragen einfacher werden soll, dass ein entsprechendes Gesetzesvorhaben zur Beschleunigung des Hochlaufs der Elektromobilität jetzt angegangen werden soll. Und das ist jetzt auf den Weg gebracht worden. Also vorsichtiger Optimismus ist angebracht. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie im Laufe des Jahres noch ein Gesetz haben, aber zumindest ist das in der Ressort-Abstimmung und hier scheint endlich was zu passieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel durch deine Miteigentümer daran gehindert wirst, in einem Mehrfamilien-Mehr-Parteien-Haus eine Ladestation zu installieren, dann ist Licht am Horizont. Hier sollte in Kürze ein Gesetz der Rückendeckung geben, sodass du als Mieter oder Miteigentümer einer Mehrfamilien-Einheit dann endlich die Ladestation bekommen kannst. Ionity ist heute mal wieder Thema. Der Artikel von elektriff.net ist sehr interessant. Schaut euch den mal im Detail durch. Hier wird nochmal ganz genau erklärt, wie eigentlich der Aufbau funktioniert. Was mich jetzt natürlich interessiert hat, denn um die Ziele zu schaffen, müsste Ionity jetzt jeden zweiten Tag einen neuen Ladepark in Europa bauen. Ziel war es ja bis Ende letzten Jahres 100 Ladeparks zu bauen. geschafft haben sie es jetzt vor kurzem. Also der 100. Ionity-Ladepark ist ans Netz gegangen. Ich kenne ja auch schon einige. Und das Interessante ist, wir gucken uns hier einfach mal im Detail das an, dass er zum Beispiel auch, das ist natürlich für mich persönlich interessant, in der Nähe von Kiel endlich ein Schnelllader ist. Ansonsten ist das Netz relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht verteilt, aber man sieht zum Beispiel jetzt hier auf der A24 ist gar nichts. Und hier die A9 runter ist auch recht dürftig. Dann gibt es hier um München rum auch noch einige Stellen oder auch hier Bremen, wo man doch den ein oder anderen Lader vermuten würde, wenn die Abdeckung entsprechend sein soll. Ich zoome mal ein bisschen raus. Europaweit ist es auch noch recht lückenhaft, aber Ionity ist wohl auf dem Weg, die 400 Ladepunkte entsprechend bis Ende nächstes Jahr voll zu machen. Sie sagen, sie schaffen es, sie sind da sehr optimistisch, weil sie jetzt zwar bisher ihre Ziele nicht erreichen konnten, das lag aber einfach daran, dass sie sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die dann jetzt auch in den nächsten anderthalb Jahren zum Tragen kommen wird. Denn das Langwierige sind eher so die Genehmigungsprozesse, der Suchprozess, die Hardwareaufbau und so. Das geht relativ schnell. Das habt ihr vielleicht auch in dem Video von Fortum oder über den Ausbau von der Finmark gesehen, dass dort eigentlich die Hardware vorhanden ist und dann relativ schnell alles gebaut werden kann. Mich hat jetzt natürlich interessiert, wie sieht die HPC-Ladeinfrastruktur aus? Denn das ist immer wieder so ein Punkt, wo gerade die Tesla-Fahrer sagen so nach dem Motto, ja, es gibt ja gar keine Alternative zum Supercharger. Und dementsprechend habe ich mir das mal angeschaut bei Strom-Tankstellenverzeichnis vom Going Electric Forum. Es ist so, dass ich hier leider keine gute Übersichtskarte habe. Ich habe euch das einfach mal so aus dem Blickwinkel rausgesucht. Ich habe alle Schnelllader mit mehr als 100 kW Ladeleistung genommen, dass man so ungefähr sieht, wo was ist. Also wenn man jetzt nicht zum Beispiel die Strecke, ich bin ja viel vorletztes Jahr von Kiel nach Berlin gependelt, anschaut, sieht das schon recht gut aus. Wir haben hier an der A12 Ultraschnelllader. Wir haben bei Wittenburg mittlerweile auch zwei Ultraschnelllader. Das ist direkt neben dem Supercharger. Der Fastnetz-Lade, Fastnet-Lade-Standort aufgebaut worden. Und auch vorne ist von der Telekom eine Schnelllade-Möglichkeit, direkt an der Autobahn. Dann haben wir hier am Kreuz Wittstock-Dosse einen Schnelllader. Und in Berlin haben wir auch. Also das heißt, man sieht, die Abdeckung wird immer besser. Hier um Bremen rum ist es nach wie vor dünn, aber auch so über Deutschland verteilt, sieht das mittlerweile relativ gut aus, wenn man sich nicht nur auf ein Ultraschnellladenetz verlassen muss, so wie ja zum Beispiel Ionity, sondern eben halt auch Fastnet mit dabei ist, Ultra-E, Mega-E, wie sie alle heißen. Denn die kommen jetzt auch alle aus den Startlöchern und bauen das Ladenetz auf. Insgesamt ist meine Erfahrung so, dass die Ultraschnelllader zuverlässiger sind als diese typischen Triple-Charger, die man in den Autobahnen findet. Hier habe ich doch weniger Ausfälle und der Support ist besser erreichbar. Allein schon so kleine Details, um die Ladesäule zu starten. Das geht viel schneller als an so einem Triple-Charger. Da dauert das ja, ich werde es nicht übertreiben, aber zwei, drei Minuten kann das teilweise echt dauern, bis dann das Linux-System wieder von Null hochfährt. Und an so einem HPC-Charger dauert das, keine halbe Minute. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Also insofern bin ich vorsichtig optimistisch, dass die Ladeinfrastruktur bei den Ultraschnellladern deutlich besser wird und man im Laufe des Jahres, aber auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres, hier eine wirklich gute Abdeckung hat. Und das ist natürlich auch für die Tesla-Fahrer interessant, die dann CCS laden können an den entsprechenden Ultraschnelllade-Säulen und so natürlich viel mehr Flexibilität zum Supercharger-Netzwerk haben. Dann noch ein paar Zahlen. Zum einen gibt es die Neuinformationen, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist am Strommix. Das sind jetzt 44% für das erste Halbjahresrekordjahr. Jetzt weiß ich natürlich gleich wieder, dass mehrere Kommentare kommen werden, so nach dem Motto, ja, aber du kriegst ja deinen Ökostrom gar nicht, weil der im Stromsee landet und 56% durch Kohle, Atom und so weiter generiert werden. Das ist richtig, aber je mehr Ökostrom in den See fließt, desto mehr wirst auch du, obwohl du gerne aus dem Kohlekraftwerk die Energie haben willst, Ökostrom bekommen, denn da kannst du dich nicht gegen wehren, genauso wie wir uns nicht gegen den Anteil der fossilen oder aus nicht erneuerbaren Energien erzeugten Strommengen als Ökostrom-Kunden wehren können. Insofern ist es gut, je mehr Ökostrom wir hier haben und dass wir dann entsprechend auch dafür sorgen, dass er zuverlässig und auch kontinuierlich kommt und dementsprechend eine gute Zahl, denn letztes Jahr waren es um die 40%, also es geht aufwärts. Dann noch eine andere Information, darüber hatten wir auch öfter mal in letzter Zeit diskutiert, und zwar geht es mir hier um die Förderung von Diesel. Es war ja immer mal wieder die Diskussion, wie sieht das eigentlich aus mit Elektroautos, ist es günstiger oder teurer als ein Diesel? Das Problem ist, die beiden Kraftstoffarten werden völlig unterschiedlich gefördert. Hier haben wir als Information aus einem 10-Punkte-Plan von Stefan Kühn und Cem Özdemir die Information, dass in den letzten 10 Jahren Diesel mit 76,5 Milliarden Euro subventioniert wurde, während im gleichen Zeitraum abgasfreie Technologien nur mit 5,2 Milliarden Euro gefördert werden. Da sieht man einfach, wie groß das Ungleichgewicht ist, denn abgasfreie Technologien haben wir alles mit drin, auch zum Beispiel Wasserstoff und Co., die entsprechend hier insgesamt mit der Elektromobilität nur mit 5,2 Milliarden Euro subventioniert worden sind. Was hier natürlich nicht drin ist, das würde mich noch interessieren, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das noch ausgiebiger zu recherchieren, also wenn du Lust hast, mach das gerne, ergänzt das über den Kommentar, wie viele Einnahmen die Bundesregierung über die Mineralölsteuer hatte und wie viele Einnahmen die Bundesregierung über die Stromsteuer hatte, denn das sollte man natürlich fairerweise hier auch noch mit berücksichtigen. Nichtsdestotrotz sieht man hier ganz deutlich, der Diesel ist so günstig, weil er subventioniert wird, Strom ist so teuer, weil es deutlich weniger Subventionen gibt. Zum Abschluss noch ein witziges Video, von Arnold Schwarzenegger, das müsst ihr euch anschauen, das ist schon fast so in Richtung Fremdscheen. Arnold Schwarzenegger, als ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, ist unter anderem ja auch dafür bekannt, dass er exklusive Elektroautos sammelt und gerne elektrisch fährt. Und der hat sich als Petrohead im Gebrauchtwagenhandel verkleidet und versucht hier E-Auto-Käufer davon zu überzeugen, dass ein Auto mit Verbrennungsmotoren die bessere Wahl ist. Es ist schon fast Slapstick mäßig, das müsst ihr euch anschauen. Ja, so viel zu den heutigen News, sind etwas länger geworden, weil ich euch so viel über das Lichtjahr One, Lightyear One Auto erzählte, aber ich fand es einfach ein interessantes Konzept, dem habe ich ein bisschen mehr Raum eingeräumt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die News, den Kanal unterstützen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt das Video und falls ihr noch nicht mein Abonnent seid, werdet das. Es geht ganz einfach. Klicke hier auf das E-Auto und Point of Interest, stelle die Benachrichtigung ein, dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, werden wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Doug Henningsen.